Spannende Musik Invade! Machst du Wolfe? Ähm, ich glaub fast ja. Ja, würd ich sagen, ne? Ja. Ist das OP? Ja, ist stark. Das gibt mir halt quasi ein bisschen mehr als eine ganze Wave Erfahrungsvorteil. Besser, dass du zu früh, äh, den angreifst als zu spät. Pass auf, die Jena ist top. Ah, ich hab zum Disrespect, der kommt nicht mehr hoch. Du solltest weggehen. Ich? Nein. Flash for Flash. Da hättest du dich nicht ranziehen dürfen. Da rangezogen hab ich mich nicht. Ja, die Kale spielt auf Attack Speed. Es wurde ja geblockt. Ja, top lane. Sind die am Ficken. Ach, der ist Level 6. Oh, Gott. Oh, oh. Oh, oh. Du weißt das? Du weißt ungefähr welche Richtung? Nein. Die sind einfach nur zurückgegangen. Die hab ich nicht gesehen. Achso. Ja, die ist bei mir ja oben. Hast du da unten Warden im Busch? Oh, nein, nein, nein. Komm mal nicht, komm mal nicht. Doch, danke. Einer lowlife? Oh mein Gott, wer war das jetzt gerade da unten? Na toll Janna ist immer noch top lane Ich bin hier, ne? Ja, ich würd wohl in base gehen, ich hab teleport Grab, grab, grab Ulti Das klappt Nice Glück gehabt, ey Anders, ich hab dir da alles hingestellt, ne? Jo, danke Wir lassen mit dir Wer ist das Kerl? Anders, du kannst weiter Lauf Wie viele Leute sind das? Ich bin tot, lass mich sterben Fuck, ey Ich geh mir jetzt da rein Nein, der geht Oh fuck Die darf mich jetzt nicht treffen Auf wen? Organa? Ja, ich komm auch nicht ran Okay, weg Weg Die hat so ne verdammten CC Du! Was machst du hier noch? Ich? Äh, ja genau Na, schade Unser AD Carry auch in der Nähe? Ja, hat aber wenig mana Von drag ist das egal Wie ist das für Mitte? Ne, den drag will ich eigentlich gar nicht Oh Oh Äh, jungler wird auch noch im top lane Raus mit dir Timo, raus mit dir Ja, wir können nicht, weil, äh Äh, 100 Blue Ja, ich komm Da ist hier Top-Side Jungle Ja, die bot lane, bitte Jetzt drag mal Okay, komm mal Ich hab auch noch Teleport, wenn ihr den braucht Gwyn kommt auch Ja, da ist Gwyn Komm schon Jetzt ist soweit Jetzt ist soweit Jetzt ist soweit Ich spür's Ich spür's Ich spür's Diana kommt Diana kommt Diana kommt Ja, komm mit Oh lol Ist nicht nur Diana Ja, der kriegt hier Der kriegt hier Easy, Mann, für beide Alter, ich mach mal so wenig Schaden Ja, ich komm schon Dieser... Was hat mich jetzt eigentlich gerade gekillt? Wollt ihr noch? Ich hab ein 15 Ulti Rausgehen, hör mal Da ist die Mark-Ult Pascal, schaust du rechts klicken? Ja mach ich doch Ja ist alles gut Und da ist die Ulti Oh wo kam? Mal Ich hab die Pascal Die sind aber zu 100 Böses Und jetzt raus Pascal, da kommt Böses Ich will nicht mehr Ich will nicht mehr Ich will nicht mehr Wir haben gerade die Quinn zum ersten Mal getötet So jetzt sind wir aber Auf der Bot Back in Game Würde ich mal behaupten Ja das ist ein Traum Elna ist auf dem Weg zu euch Pascal Ja Ja jetzt wird die Wukong bei mir in der Mitte Komm her Oh lol Das war Wukong kommt da runter Nein Nein Oh Gott Warum bist du wieder dahin gelaufen Weil ich nicht will dass du stirbst und pushen dir den Tower Ja aber die Lane war doch Die Du weißt die Lantern Na Das funktioniert nicht wenn sie drauf stehen Ich will die Lantern anzuklicken Hä Ich sag ja es ist schwer die Lantern anzuklicken LOL Nein die Lantern kann doch nicht anklicken wenn die Gegner drauf stehen Ja ich sag ja das ist schwer dann Äh Kale hat übrigens gerade geflasht Ähm Warum gehst du denn hinterher? Ich bin nicht hinterher gegangen Ich bin nur Wukong kommt da lang Drei Schritte gegangen Und die ist draußen geischt Eigentlich äh Ist da draußen wenn du am Tower Wir sind lowlight Du kannst nicht rausgehen Auf jeden Fall wart ihr zu nah Also Ja wir müssen weg Oder? Wir müssen nicht weg Ähm Wärst du auch so freundlich und wechselst dein Trinket? Auf play Hast du ulti? Äh Ich kann nicht kommen ne? Good job Ja Gesniped oder? Jo Aber ich nehme immer unseren Golems ja Ja Wukong ist hier ne? Du kannst also machen was du möchtest Ja Mache ich glaube ich nehme immer Golems und dann komme ich Also Pusch ich Da kommt keiner durch Durch die Traps Äh Timo ich brauche dich hier zum Deffen Oder wir müssen hin auf Ach ne da ist das Ding ganz ok Passt Oh ich brauche dich doch Da ist Wenn du den brauchst Aber ich würde sagen lass den Tau fallen Wenn wir hier engagen wollen dann hätte ich den Ward Komm runter Ich hab zwar kein Ultiger Hey weg 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 jetzt weg Lass den Tau doch fallen Bisschen früher Wir brauchen einen Ward Ja Ich habe einen Soll ich helfen oder soll ich die Zone Wir brauchen, wenn Pascal da ist brauchen wir endlich dich nur zum Zone Ja die Anna ist noch gar nicht in der Nähe Das geht ja schnell Das geht ja schnell Du sollst Zone nicht den reglerischen Red Buff machen Äh ich soll den Red Buff davon Feuer werden Gump Ich hab noch Teleport Ich zähl nicht Nur wenn ihr braucht Nur wenn ihr braucht Der ist tot Stirb da? Wie leckt das bei mir gerade mit meinen Würfen Das ist total komisch Lasst euch da nicht töten Oh mein Gott Dann gehe ich wieder top All diese schönen Seelen Hannes warum gehst du nicht weg? Hast du was zum Teleporten? Ja ok vielleicht auch nicht Der Wurm ist tot Ja Oh man Oh man Hannes Hannes Warum faltest du? Äh da sind zwei Stück gekommen Ich hab versucht hier ein bisschen zu poken gerade Ah Versuch den Blue ein bisschen zu steal Das war schlecht Ja ich sag das wahrscheinlich wer ist Da ist die Kling Ja lass mal rausgehen Warum willst du den Lendern? Alter kein Ultimeer Ich wollte gerade sagen Gibt's kein Ultimeer Hier ist noch gar einer Ja lass mal die Minions einfach ranholen Ja lass mal die Minions einfach ranholen Barron 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 Wir tot ne? Morgana kann nichts machen Und wir haben nur Six verloren Ich würde lachen wenn sie mit dem Q steal Ich glaube wir brauchen keine Krabbe machen jetzt Wir können direkt Ich glaube wir haben genug Damage Das ist die einzige Sorge die ich hab Wir sind noch 10 Sekunden tot Und ich bin gefeadert Und ich bin gefeadert So jetzt ist Diana wieder da Ja nicht so schlimm Ich muss das weggehen und irgendwas pushen Ich hab dir gut gemacht ich hab grad nicht Barron bekommen Wir können jetzt auch nicht mehr warten Ne das ist klar Was hast du bekommen? Was hast du bekommen? Du hast ihn bekommen ne? Kann das? Ja pass rein willst du Bots und ich krieg sich da gleich eine Ulti hin Ich gebe es schon Anders du hast auch Barron bekommen was willst du denn? Ja hab ich doch gesagt Ich hab Glück gehabt Ich hab grad Barron bekommen Ich hab verstanden wir haben Du hast kein Barron gekriegt Habe ich auch sowas verstanden Du warst es ab anders Ich hab's gesehen Nimm dir mal oder nimm doch Die beiden kannst du nehmen Eins Zwei Die hinten die nimmst du dir alle Ja genau Oh Obwohl ich nichts mehr habe Ich nehm's einfach Wir lernen noch So wir gehen jetzt alle bot lane Ja Wobei top kommt auch ne große wave auf uns zu ne Aber da kann ich nachher auch noch jeden teleporten Ich glaub jetzt hole ich mir noch Warmox und danach kann ich den gerne angreifen Aber ich will nicht hier zwei turret haben Deswegen können wir machen ja Bin aufm Weg Ich hab auch schon so einige 4000 Leben Ich hab 256 Rüstung Krasser Boy Ja Ja Die ulti Wollen wir kämpfen? Ich hab noch eine schicke ulti Wir wollen ja mal den Torr oder? Ja den kriegen wir ja gut easy Wollen wir? Ja Ja Turrt haben wir das Ja easy Gebeten Doch den Turrt Ja Kings ist top end Aber die sind nur zu dritt ne Was willst du denn? Nein Bös Ich geh im top lane Ja Ja Geht im top lane Ihr kriegt das ja auch immer ein bisschen Ich tanke So gut ich kann Ja geh raus Ich kann den Rest tanken Den holen wir Ja noch fehlt Wir haben 30 Sekunden na Äh bot lane Turret Bot lane Turret Was geil bist du dabei? Hä? Mit lane ist das? Ah mit lane aber mach ich den jetzt hier Ja war mein Fehler Oh Hannes Ah War die denn hier da? Oh lol Oh ja Ich bin auch so G-Game geflogen Gigi Ich hab nichts ab Geht mal weg Bloß weg hier Nein Ich bin einmal tot Das ist richtig Ja mein Problem weil ich bin auf einmal aus dem Game geflogen Timo? Ja Ich hab grad Angst bekommen Timo? Timo du läufst zurück keine Angst Ach doch du bist da ja wieder Ja ich bin jetzt schon wieder da aber auch gerade wo ich unter dem Tower war bin ich auf den Gang geflogen Ja du bist gerade zurückgegangen und bist auf einmal stehen geblieben Kann man auch mal machen Sieben Hits oder? Ja die können den nicht kriegen Easy peasy Ich wofu ganz gern toplein Wir gehen alle toplein Weil Drake äh baron ist in zwei Minuten ab Dann pushen wir alle ein bisschen Back und komm mit homeguard sein Dann hab ich auch loodens fertig Losen Dann geh mal extra ein Pinkguard diesmal mit Das ist ein Traum Ich hab sogar Ulti dafür Ja ich krieg auch mal Farm Geil Das ist geil Sicher? Ich will mein Ulti entschießen Ey 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 wir gehen doch nicht toplein Und du den Dicken Ja mein Kenny Minion Hat doch meinen Namen drauf Alte Seelen Wir sind doch noch zu viert botland Ob meinst du? Ja deswegen weiß ich Ne die Die haben gerade mit Alten Bühnen verteidigen müssen Ja deswegen ich weiß nicht was Deine AFK oder so? Nee Glaub ich ne Organerat Level 14 und äh Wotter noch da Aufpassen auf den Wukongen Gage Ja oder so ne Gage ja Mal weg mit dir Ha Schild Schild it all Wollen wir botland durchgehen? Oh ich hab fast geil den Penta gestiegen Alter wisst ihr wie viel auf mich engaged haben? Das ist ja quatschen Also ich konnte Hannus nicht mehr Ne das war die Quinn die bei mir drauf kam aber du Und ich hab den Penta noch gezogen Kommt ihr rum? Ja 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 Kommen Türen Minions weg klommen Ich mach hier nochmal ein bisschen Das ist ja quatsch Das ist ja aber aufgegeben Ja Nein meine Ulti Das war jetzt ja auch nicht so schwer Und Pascal hat wieder nicht aufgenommen Weiß ich nicht Äh Doch hab ich Ich brauch sein Traum GG